denn dafür war noch so neun scheiß einfallen lassen blöden fisch hätten stream läuft stream im langen ja dann holen wir uns halt mal so eine uhr für 20 euro in meinen mächten leben müssen die ja wesentlich teurer also kann man ja eigentlich froh sein dass die mit 20 euro kostet und kriegt man denn sonst eine uhr für 20 euro ist dann wahrscheinlich unternehmen caseo 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 die chock die chock oder drüben wurde schon geschossen ja natürlich mich hat er gleich wieder kaum gesehen direkt der hat aber auch wieder ein visier drauf er hat auf immer ein holo das war richtig schön bobsleut wieder wird sagen das macht ja immer ganz viel spaß die politik call of duty huren nennt man mich ja auch wer kann jeder mal an und der letzte leckt aus dann quasi ja muss ich im jeden Fall irgendwie aus dem stream rausschneiden ach da sieht aus wie ein gemälde da siehst du nur den kopf von dem da durch diese durch diese küchendurchreiche gucken dummes stein ja naja der purist das ist ja quasi auch so ein set was du haben wolltest für deine für deine mp5 war so ähnlich also so ein extra boni war kriegst oder ist das vielleicht so hat ist ja ein bauplan ist eigentlich quasi nix anderes als was du mit deiner mp5 auch machen wolltest ne was aber naja aber das sollte ja sollte er einfach durch durch aufsätze gehen ohne haltung zum behinderten fikt bauplan darauf zu auf zu sammeln oder frei zu schalten da hinten sehe ich schon wieder den den schamann da schimmeln äh also den scharfschützen mit den schamann den scharfschützen wahrscheinlich ja schamann schützen bei schimmeln war schon klar was du meinst ja oder eigentlich schon steht ein panzer irgendwo ist ja auch nett du dummes stück schweinehaut man sehr gerne mit dem panzer hier und das ist ja richtig lustig kommen jetzt habe ich eine 40 angefangen jetzt sieht es wie man miteinander doch jetzt kommen schon ja und die leute die ich immer abknallen könnte werden immer vor meiner tichte schon warum man auch nicht vorab also schnell denn bitte wie schnell wie schnell ich da und bin krass krass hier ist halt keine time to kill ne also ich wollte ja mal mit der p90 ich habe mir mal die p90 ausgerüstet mal gucken wie ich mit der abkacken kann vielleicht steht er da ein bisschen besser noch nein da läuft es schon lms grizzly rutscht mein schwanz oder wofür steht lms kleiner ach so mich knallt dann noch nehmen ja ich habe ihn ja beschossen ich weiß nicht wie er mich nebenbei noch mit abknallen kann als wenn ich gar nichts als wenn ich gar nicht existieren würde wenn ich einfach ein krass das versteht wirklich nicht also das ist ja wirklich übertrieben einfach nur krass wen will er denn töten hier mann ja wo kommt denn er denn her jetzt der hockt hier hinten im hintersten arsch unter der treppe also was macht man denn da warum hockt man denn da rum ist keine ahnung kann überhaupt nicht wahr sein das kann wirklich nicht deren ernst sein naja ich suche mir jetzt auch eine stelle wo ich einfach nur stehe und nichts machen das ist wahnsinn naja ich bleib jetzt mal hier stehen das ist eine gute idee kommen sie nämlich schon eben habe ich geblendet in dem bin schon nach oder hat 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 oder hat 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 Ach, die mit ihrem Schildern, ey. Das ist ja so ein Kotzen, ey. Die kannst du nicht ficken hier dann. Wenn die da ein Schild vor dir haben, dann bist du völlig machtlos, ey. Ja, aber... Kannst du nicht töten. Der hockt mit seinem Schild da. Das ist unglaublich. Krass. Der nimmt ja auch keinen Schaden. Nicht mal, dass der sich irgendwie... Dass der dadurch weggedrückt wird, durch Dauerfeuer. Gar nichts. Der kann... Nee, gar nichts, ne? Du kannst reindrücken. Nee, der merkt gar nichts davon. Das ist so übertrieben, ey. Der müsste doch wenigstens mal ein bisschen Schaden nehmen, oder dass er wenigstens... Ja, vor allen Dingen, dass das Schild halt mal irgendwann kaputt geht, oder? Ja, genau. Dass das Schild dann wenigstens oben mal Schaden nimmt irgendwann. Das geht ja gar nicht, ey. Das hört sich bei sowas immer denken, ey. Kommt jemand bei dir gleich? Hm. Das hat der auf meine Mine geschossen und hat mich damit getötet. Geil. Hat dann das Ding für den Sprengradius, alter. Krank. Ich bin zu clever von mir, aber damit... Nicht! Ach, fickt ihr, fickt die... Fick, alles. Im schlimmsten Fall, fick, alles, genau. Oh. Nee, Mann, nee, nicht. Mann, das ist noch einer hinter mir. Achtung, verbündet der Präzisionsluftschlag im Anflug. Feind an der Baustelle. So gut angefangen. So gut angefangen hat das alles. Genau, ey. Ich dreh mich um. Ey, guck, ey. Guck die ganze Zeit in die Richtung. Einmal wenigstens gewinnen wir hier die Runde. Das ist ja schon mal. Wieder er mit seinem Schild. Ist das krass. Du kannst ihn nicht töten. Der hat es nicht mal an, das Schild. Der trägt es nur nebenher. Das ist so übertrieben. Er hat es nicht mal ausgerüstet gehabt. Der rennt mit dem Schild weg und nimmt trotzdem keinen Schaden, ey. Er tötet ihn nachher mit dem Schild. Meine Güte, bei ihm sind die Gegner blind. Da haben wir gar nichts gemacht, weißt du? Ja. Oh, ey. Schön, wieder negativ, ey. Um Gottes Willen. Hättest du jetzt eine Uhr, könntest du dir deine Käferlustrate angucken, Robert. Werdet nicht verfeindet? Das wäre wirklich super. Das wäre doch was feindet jetzt, ja. Vor allen Dingen für mich, damit ich mir immer angucken kann, wie schlecht die Scheißdrate ist. Das ist genau. Wie scheiße die ist. Nee. Also. Vielleicht nehme ich mir auch mal so ein Schild mit. Ja. Was rüstet man das denn hier aus eigentlich? Nahkampf, glaube ich. Bei Extras? Nahkampf? Dann kann ich das hier nicht. Habe ich nur Kampfmesser drin. Doch, muss dann aber als Primärwaffe. Das verstehe ich nicht. Dann kannst du als, dann kannst du ja eigentlich nur mit einer Handfeuerwaffe spielen, wenn du dieses Schild drin hast. Ja, ja. Aber die haben doch MG, die haben doch MPs drin, oder? Habe ich das falsch gesehen? Also, glaube ich, hast du den falsch gesehen. Hattet ihr mich nicht mit einem Piepe getötet? Habe ich mir egal. Da sollen die Leute mit ihrem Scheiß Schild da spielen und glücklich werden, na? So, ich nehme mir mal jetzt einen schönen Raketenwerfer, habe ich mir mal jetzt in ein C-Pack gepackt. Das habe ich auch schon mal überlegt. Da muss ich da hin. Mit went machen. Vielen Dank. Hör mal, diese Thermalvisier, ist das das mit dem, mit der Körperwärme? Ähm, ja, müsste gut sein. Naja, ja. Ich setze das einfach mal auf, gucken wir mal. Hat er uns als Favorit jetzt hier eigentlich rausgenommen? Hm, nee, nicht ganz, aber dann ist es so grau. Also die Farben sind raus aus dem Zoom und... Das ist quasi nur schwarz-weiß. Aber wenn du auf Jünger visierst, wird dann nicht die Körperwärme angezeigt? Nee, das ist schwarz-weiß, alles. Die Gegner sind dann quasi heller als die Umgebung. Ach so, okay. Aha, okay. Das sind alle Arschlöcher. Keine Ahnung, man kann nicht mehr sehen, wo du es da oben. Krass. Ja, da wieder schimmelt. Kriegen Assist, wie denn, wer wat? Man liegt auf dem Boden hier, Dings, aber ja. Komm, da war ich doch schon hinter der Mauer, äh, die Stücke da. Hör auf. Oh ja, der Zeug auch noch ist das. Ja. Oh, vier. Gott, ihr habt euch verschanzt hier hinten. Ah, warum nicht? Aber wir sehen, wo man bleibt. nicht ein gegner gesehen da liegt einer gerettet ich bin die ganze zeit hinterher gerannt wie so ein hündchen einer ist in meine mine gelaufen hat freut mich verbündete drohne ist in der luft radarsuche wird gestartet kriegen auf immer so ein puls hier und voll aufgeregt auf immer los ist natürlich nicht hoch adrenalin steigt ja das ist einer von mir und uns ich habe es jetzt geht sonst habe ich mit meinem mit meiner mine macht und nicht schlecht aber da ist der mann und ich denke die ganze zeit ist hinter der mauer direkt die saune auf der anderen straßenseite hockte das schluchte wie lassen sich noch mal die abschussszenen aktivieren ach nee brauchst du nicht ich habe ja keine hier mit dem bestimmte aus dieser klassen habe ich den kann aktivieren deaktivieren na genau hat er mich nur kurz gewundert warum die nicht angezeigt werden aber ist ja logisch ich bin zu dumm wie scheiß ja das von uns da hinten hockt der scharfschütze schon wieder am straßen ende da liegt der die sau ja und da hat er sein opfer weichen gräber na haben wir dich getroffen du hure mit der granate ja arschloch hey am ende der karte hockt da hier mit seinem scharfschützengewehr meine hure hey was ist denn aha wo kommt der denn nachher den hast du wieder gar nicht gesehen voll übertrieben ja ja lass mal stecken den raketenwerfer verbündete drohne ist in der luft radarsuche wird gestartet ja beim scheißen raketenwerfer müsste ich mir auch bei dem mp setup mal rin machen naja der wollte nämlich gerade den heli damit abknallen was sind sie denn hier alle ja gott verbündete drohne ist in der luft scheiße da war da noch einer man muss denn gleich keine munition mehr robert das ist scheiße binste finde ich auch das ist nicht so gut ich kotze im strahl ich habe gleich nichts mehr ich habe dich nur gerecht mit dir fällt mir vp backboy ja das ist ein guter letzter abschluss da ist das ist das visier was ich meine jetzt alle zu grau geht doch geht aber da waren nur drei leute am ende zwei aktive verlustrate habe ich wahnsinn das ist nicht schlecht aber ich habe 24 glaube ich 2,4 oder annehmer na und blende tun findet machen korn ja ja hier fünf abschüsse mars schlug körper läuft bei den abschuss serien oder was mhm ach hier hat das ding steuern sie eine boots fähige langstrecken rakete auch nicht schlecht und mit 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 geschossen sind ja natürlich schade dass dieser xp token immerhin nur für einen selber gilt war dass man dann nicht noch in mit drin ziehen kann auf level 47 schaltete ding frei wird meine fechtswunden kauterisiert bei feldaufrüstung unter primär ist anstelle nahe unter taktik anstelle halt einer zweiten granate blendgranate oder so ach so dann kannst du dich heilen damit quasi ja diese diese nadel war diese spritze die sich dann damals die rein reinpfeffern ist wie bei star wars los 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 geht's raus ja was essen oder was ich komme ins gefecht was so ich dachte kommt kurz zum essen wieder einer mit der schrotflinte ach der wartet da schon herrlich wunderbar man da war ich doch schon hinter den säcken da das war es leider noch nicht da muss ich dir sagen doch das sieht man sogar eindeutig weil der hat er von vorne geschossen aber gut ein rotes wo er hechelt dann bin nämlich jetzt auch hier wissen richter assi und guck einfach nur in diesen gang hierin woher kriegt die strafe gleich direkt ins gesicht ich treffte mit dem ersten werfer meister der ist tot aber jetzt macht er das selbe spiel da hinten und kind feind am büro das ist keine ahnung ich schleiche aber auch wie eine oma da lang bin ich dumm ich bin so dumm wie dumm ich doch bin jetzt habe ich mich gerecht und ich habe schon immer hier mit uns aus ein oder bist du drin was ist das was passiert hier schlägt ein mörser wieder ein jahre nie im leben du bist tot junge du bist dreimal tot das kann doch überhaupt nicht sein der war lange tot er zieht einmal mit der schruttflinte rum bin ich natürlich wieder weg klar wo steht er dann hier rum höre doch auf mal du gut was waren natürlich kein getroffen mit dem scheiß so eine schwule rakete ja kein mit dem mars schlug körper getroffen ich gehe ich gehe regelmäßig dabei drauf und ich bin so ich bin so Du schaffst es mal wieder? Ich schaffe es mal wieder, genau. Hier ist irgendwo ein Helik. Nee, schlimmer. Ach, du willst schon, was ich meine. Ach, du Scheiße. Geht doch einfach weg hier alle. So, ich bin mit Läppchen. Nee, nix ruhig. Ey, der mit der Schrotflinte geht mir so auf den Sack. Das ist ja ein Bastard schon wieder, ey. Ah, vom allerfeinsten, ey. Hier, gib her die Scheiße. Nee, obwohl, ich will meine Waffe wieder haben. Wo ist meine? Ey, jetzt ist meine Waffe weg, war. Ach, komm, hör auf, ey. Naja, ist gut. Mann, du, mit der Schrotflinte gehst du mir auf die Eier, du dumme Pfortz. Ja, ne, sag ich's doch. Also, ein... Und dann hat er wieder so ein... Nicht nur... Mann, er hockt da einfach nur. Das ist denn das für ein Spawn. Das spawne ich genau vom Gegner. Der sieht halt auch noch aus wie ein Scharfschütze, ne? Ja, jetzt ist er da hinter mir. Naja, das ist ein ganz schlauer, der ist dann da rumgelaufen. Na klar. Du bist so schlau. Ach, unglaublich. Schon wieder der mit der Schrotflinte. Die Schrotflinte, die ist aber auch auf 50 Meter offensichtlich. Boah. Ist die präzise. Ja, mich auch. Ja, mich hat er auch, würde mal sagen, 20 Meter. Übertrieben. Okay. Mich verarschen jetzt. Ich geh nur drauf gerade. Ey, ich spawn wieder mitten in den Gegnern. Krass. Und wieder. Ich spawn genau vorm Gegner. Oh, ich spawne diese Karte so gemocht. Die Karte ist der absolute Tod hier. Die Karte ist die schlimmste Karte im ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Mit Abstand. Ich bin jetzt gerufen. Ey, Gottes Willen. diese token kannst du sowas von vergessen die sind so kurz nur naja dadurch dass die im hauptmenü ja schon ablaufen ich habe jetzt mal einen mit einer stunde immerhin mal so was haben wir denn hier neue tarnung tiger so die ist noch gesperrt krisch die neue karte okay jetzt bums war jetzt wird die bums ich bin nicht mehr bums lassen sondern jetzt wird zurückgebumst das ist also mein virtueller penis ist so dick und erregt dass jetzt zurückgebumst wird geschwollen geschwollen hier wird schon das erste ding läuft er für granate werfe eine granate ich werde abgeknallt war so klar weil ich die leiter hochgeklettert bin war natürlich sehr schlau gut okay das war jetzt naja gut aber ich dachte mir halt dann von oben wir haben eine bessere übersicht das ist ja auch eine geile ecke hier keine geile ecke hier kommen keiner von oben keiner von hinten und dann könnte ich ja gar keine perfekte einfach dafür dann kommen wir doch auch mal mit ihren da kommen man wurde geblendet wer war dann wurde hoch muss nur um auf dem fenster aufpassen oben links sehe ich nicht was soll das siehst du nicht stimmt da stehst du es ist echt spannend was ich normalerweise kommt da immer die ganzen leute lang da kommt einer gut ist eine granatische laufen der ist schon tot habe ich schon da läuft noch einer lang scheiße der ist weggerannt machen leute teilweise wird die anzusehen hier schießt jemandem raketenwerfer zu mir auf mich zu mir übergeschossen zu mir hier kommen noch mal spieler zu mir der vorsichtig genau da irgendwo mir würdet ihr zu langsam aber wo ist denn da hinten ist der jet ich hau ab ich mach den schuh na komm mit oh ok wow auto explodiert ja auto explodiert man geh doch mal hier rein du idiot die alle runter vom server oder was da bist du du hast auf mich geschossen gott ich hab's nur trapzeln her und konnte mich so schnell umdrehen auf dem anderen sind hier noch gegner eigentlich irgendwo ja ich hab ihn gerade am restaurant ah ja dann wiss ich wo wiss denn wo ja 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 das ist auch ne geile ecke hier oh der hat gerade nachgeladen der wollte den gerade abknallen ja 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 alles gut hier war auch eine fast tot also können wir davon ausgehen dass hier jemand sein wird hier oben ja da ist er gerade mit gabi quatsch du bist leider nicht wo du hin bist aufs dach hier oben wo wir grad waren die hat es kommt alter was waren das nun schon wieder kontakt ja verbündete vorräte unterwegs schön oah alter meine güte stell mich wieder an nee der ist denn wieder aufgestanden der steht um ne mauer direkt hier drum und der hat natürlich genau das gleiche scheiß standard gesicht wie der tote den ich abgeknallt hab äh äh was waren die äh 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 ey bin ich blind ich bin aber auch wirklich blind manchmal einfach nur krass oah ey das musste mal jemand zeigen ey gotts willen ey schlecht hab ich doch gehört dass hier einer ist hab ich doch richtig gehört war doch klar natürlich feind bei den geschäften ist auch so geil total präzise angabe sind die denn links um ne ecke ist einer ich bin so dumm scheiße hab ihn danke für den tipp gut äh etwas da oben sind die drinnen aber bin ich dumm und links auch oben haben sich verschanzt da die huren böcke da scheiße hier ey oh was schlägt denn hier ein ey das wüsste ich auch gerade gerne gerne mal so rum ich glaube weil der von uns der angriff weil ich zu nierig bin anstatt ich erst einmal schießen lasse ey das ist immer noch da oben drin ne mhm er wurde schon wieder abgegeben halt geil ich guck die ganze zeit nach oben und dann werd ich natürlich ne dumm wirklich dumm hätte ey Mann er versteckt sich immer hinter den tonnen du dumm Fotze ei 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 ey was ist das denn so wir drohen oh Gott Mann wo ist denn die Hure oh ey ja ist klar du spinnst doch wie hat er denn das ach Sniper wieder naja natürlich oh jetzt sterbe ich nur noch geil spawn sterben ach großartig warum denn ey und da oben die nächste Hure da oben hatte ich jetzt ach zum Glück der hätte mich nämlich getötet als nächstes ja ich lauf in drei Gegner rein geil so fünfmal hintereinander gestorben glüppig reicht ja dann wieder jetzt langsamer werfen Granate Feinde der hinteren Gatte ja hast du der wirft mit seinen C4 bis hier ah ja ist klar großartig schön was die Leute können ja der war tot da war ein Kopfschuss dabei was hat sich denn da weggefedert mit dem Oden aber der war eigentlich tot da war ein Kopfschuss dabei der kann gar nicht mehr gelebt haben aber naja der schießt doch trotzdem weiter ist okay so sechsmal hintereinander gestorben siebenmal glaub ich schon geil und wir wollen aber auch nicht rufchen heute die fängt nicht ganz gut bis zu der Negativserie hier die schimmeln aber auch nur an dem selben Stelle halt genau in dem Moment rennt er um die Ecke natürlich ja der zählt aber noch ähm ah wieder letzter Abschuss oh Ports Gricks oh 9 zu 11 geht der das wäre richtig gut ich hatte so eine krasse Negativserie dann ey die hat mich voll runtergerissen scheiße also heute bin ich relativ tight dabei muss ich sagen also bis jetzt lief eigentlich ganz okay naja bei mir eigentlich auch pass auf die Negativserie eigentlich jetzt hier was freigeschaltet ja 100 COD Punkte na ist ja toll das sind umgerechnet wahrscheinlich 10 Cent oder ein Euro war nicht mal äh äh ja genau müsste das eigentlich sein freut mich auch dass ich jetzt so eine Punkte bekommen habe freut mich auch für dich gönne ich dir wie schalte ich die jetzt frei jetzt da ist grün und da steht frei Level Anzeige freigeschaltet dann steht da nicht CP und dann dahinter eine Zahl ja steht 0 0 steht da da steht auch grün frei und dann aber ein Schloss davor ja komischerweise vielleicht hast du es noch nicht ganz freigeschaltet vielleicht fehlen noch ein paar Punkte oder vielleicht war äh kann sein vielleicht bin ich schon zu weit nach vorne hier rutscht da ok also ich hatte jetzt wie immer die Marschflugkörper und hatte den Arschflugkörper und hatte keinen getroffen hm Profi ja weil sie alle immer irgendwo drinnen äh schimmeln schimmeln warum sag ich das halt so oft so ok man hört auf zu schießen ihr dumm Affen oh bist du warst du nicht oder ne ne ich war das natürlich nicht am besten alle ich war es natürlich nicht ne naja dann ja ja ist schon klar aber ist ok ich bin auf deiner Seite hab schon mal ein Assist schön dass du auf meiner Seite bist mach dir mal vor du Opfer ooooh ich hab einen Assist wenn man mit einem Assist startet dann ist schon mal dann ist die Runde schon mal gut dann wird es eine gute Runde ja wenn du schon mal mit dann wird es eine gute Runde so im Tod startest du schon mal eine Runde Achtung von unten kommst du weh nein bin ich schwul krass ey der lebt immer noch wie kann der hier alle töten ja ne ich hab ne ich wollte eine Granate werfen und in dem Moment knallt der mich natürlich ab ne weil ich natürlich wieder ein Anti-Timing hatte aber ich hab den mit der Granate wenigstens noch bestanden ich hab noch gesehen wie er flüchten wollte vor der Granate ich ficke dein Leben einfach nur da sind sie alle drei drinnen ey alle drei ach hier immer noch ja ach schön ja dann kommt mal dann haben wir mal Spaß hier ein bisschen jetzt so wo seid ihr hier da hockt noch einer wo ist denn die Hure du Bastard alter nein wo ist denn der krass da aus der wieder in der Nähe vom Haus ja ich kann dir nicht sagen ob er reingerannt ist aber der war vor dem Haus wieder da wieder dieselbe Schose verbündetes Schildgeschütz eingesetzt feindliche Vorräte nähern sich Feind am Teppich land ich kann doch nicht ich bin so blind ich bin einfach nur blind ach Gott er reißt dich doch mal zusammen ey da ist schon wieder ein Marschluppkörper na alle Juden Dinge sind drei jetzt hüftig doch wieder Kind töten mach mal mach mal mach mal ey ich höre ich sind die Schritte von den Gegenden eigentlich lauter als die von Teamkameraden oder das ist ehrlich gesagt eine gute Frage weil irgendwo hat das mal gehört ey was ist denn mit dir der hockt hier in dieser scheiß Loop Ecke rum Mann ey du Fickser ey war jetzt der dritte Marschluppkörper ich hab wieder keinen erwischt und keinen na gut so auf wen wartet er da in dem Haus das ist was Geh doch mal weg! Was ist denn hier im Weg immer, ey? Das ist doch ein Scheiß hier. Ach man, ey. Wo sind die denn immer jetzt? Und wie ne, ey. Bleib hier in dieser Scheißhöhle jetzt drin, ey. Gott, ey. Ich meine, was macht er denn eigentlich? Der hockt hier in diesem Tunnel und wartet, dass die Leute hier vorbeilaufen, ey. Schlechter geht's nicht. Den musst du dir mal angucken, David. Aus unserem Team, der liegt hier in diesem Tunnel, wo man durch diesen Brunnen runterklettern kann. Ja. Da liegt der jetzt da. Flach auf dem Boden. Und macht, kickt einfach nur darin, in die Höhle. Macht ja nichts. Nö. Und hat hinter sich die Claimer ausgelegt. Natürlich. Ja, wir spielen das falsch, David. Definitiv. Das spielt man anders. Ja, das habe ich auch irgendwie schon mitbekommen. Genau wie er. Er liegt hier auf dem Boden und du bist tot. Du bist sowas von tot? Ey. Na ja, der war tot. Leider, Junge. Der hatte, jetzt hatte der auch keine Munition mehr. Ich kriege einen Anfall. Ich nehme extra eine andere Waffe auf, damit ich wieder Munition habe. Ah. Oh. Wie die sich hier alle in diesem Haus immer rein campen in irgendeine Ecke. Nicht nur im Haus, ey. Also auch im Haus, ja. Definitiv. Aber hier sind es ja immer. Und derselbe Bastard wieder. Der will wieder an seine Noob-Position da rein. Das ist der, den ich gerade getötet habe. Wo kommt der denn her? Oh. Der habe ich wieder eingetroffen in dem Haus. Die sind immer hier drinnen. Ach. Ey, das ist so schlecht. Jetzt wartet da draußen und wartet auf die Leute, die ins Haus reingehen. Äh. Gut. Das ist so schlecht, ey. Ja, da ist er wieder, die Sau. Also der nervt ja richtig da, dieser Russentyp. Na, da bist du schon wieder. Da kannst du drauf warten. Der geht immer zu dem Haus. Derselbe Typ schon wieder. Krass. Lass es doch einfach sein, ey. Im Haus habe ich jetzt keinen. Ah, dann warte mal, der geht gleich, kommt bestimmt gleich wieder, der Typ. Oh, da hinten am Auto. Das ist ja. Das ist elend für Ena, bitte. Okay. Interessant. Nein. Warum ist denn hier Level Ende? Warum ist... Oh, da springt man da in den Tod. Ist das schlecht. Wieder er. Der rennt nur zu diesem Haus. Ah, hat er sich wenigstens selber mit in die Luft gesprengt. Sehr gut. Was war denn das jetzt bitte? Keine Ahnung. Kommt denn jetzt die Granate her? Nein, jetzt liegen wir zurück. Was soll denn das? Also da kann... Das ist doch scheiße. Irgendwo 300 Meter weit da hinten renne ich da lang. Ach, das nervt ja. Weit abgelaufen. Das ist ja geil. Ja, da ist er. Kommt er natürlich hoch, wenn ich vorbeispike oder was? Spaß. Ah, fuck. Shit. 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 Oh. Positiv. So, bei uns jetzt abends essen. Vielleicht können wir ja dann mal zum nächsten Mal Call of the Battlefield spielen. Battlefield. Wenn es nicht wieder einen neuen Patch gibt, dann mal gucken. Schauen wir mal. Ja, schon mal schön. Vielleicht hat er ja zwischenzeitlich jetzt auch mal... Installiert, ja. Kann sein, ja. Vielleicht... Wird schon mal schon ein Vorteil. Oh, neuer Feldaufrüstung. Gut. Na gut, ich gehe erstmal raus. Dann können wir ja nochmal schreiben, die da alle war. Jo, machen wir. Bis denn. Alles klar. Einen schönen Abend. Tschö. Euch, jo. Tschüss. 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 Tschüss.